Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde, mein Name ist Jonny, Hesel kommt zu einem neuen Video und zwar, ich werde heute mit dem Daniel Gilda trainieren und zwar, ihr kennt auch von Julian, den kennt man auch von Johannes, also wenn ihr aktiv dabei seid und so, den kennt man auf jeden Fall und mit dem werde ich heute mal push trainieren, richtig cool, ja auch richtig wie Arno und yes, some good muscles, ah, man heißt es heute ein bisschen trocken, ich habe keine Ahnung, was los ist, vielleicht muss ich ein bisschen Honig oder irgendwas trinken, keine Ahnung, aber auf jeden Fall geht es gleich ins Training, ich habe schon gefrühstückt, ich habe schon alles erledigt, jetzt muss ich gleich los, muss mein Gymzeug packen, wir bereiten uns das vor, ach ja und ich habe meine neuen ERAs, meine, meine ERAs, meine neuen ERAs, also Apple Juice, ich habe meine Lime aufgebraucht, also jetzt kann ich Apple Juice benutzen, ich bin einer, der als erstes alles aufbaut und mich nicht mixen will, keine Ahnung, naja, auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal den Goat herrichten und dann wieder Pump Booster, heute ein Goat, zwei ist gut, heute muss es sein und anderthalb, nochmal playhard, dann bereite ich mich mal aufs Training vor, wir sehen uns dann gleich im Gym mit ihm, werden ihn ja gleich zusammen begrüßen und ja, freue mich schon auch richtig aufs Training, bis gleich. Hallo. Hallo, mein Lieber, wie gehst du dein Beinchen? Mein Bein tut nicht so gut, also die haben ein bisschen Aua. Die hast du auch ordentlich zerstört, Mann. Jo. Wollt ihr uns zerstören für was? Brust, oder? Push. Push it. Push it, ne? Und du zerstörst? Äh, alles. Aber ich bleibe. Sie zerstört alles, okay, cool. Äh, okay, cool. Und zuerst mal am Anfang direkt rausgespuckt, einfach geil. Julian, was ist das für ein tolles Produkt, Julian? Yum-Yum-E-A. Das Sandi, Yum-Yum-E-A and Apple-Juice. Oh, nice. If you want to try, you can use them. Ah. Das Sandi. Und ich habe jetzt gemerkt von der Technik her, ich habe jetzt von der Technik her gemerkt, dass meine Ellenbogen nach außen gegangen sind bei der dritten Wiederholung, glaube ich. War natürlich ein Fehler, aber ich habe es dann beim letzten oder vorletzten nochmal versucht extra zu verbessern. Okay, ja hier, Bodybuilding-Fans und so, wir machen jetzt erst mal 14, also mein Plan ist es 14, 50, 60 zu machen. Wir machen jetzt Regenbanken, ich glaube, das ist dann vier bis fünf Sätze, wenn wir großartig komplett durchschauen. Danach kommen wir, wie gesagt, schulter, oder vielleicht noch ein paar Preisen, wäre geil. So, dann legen wir mal los. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017